Ich mag Interaktion mit dem Klitsch-Chat. So weird ist der Auto einfach. Wenn ihr Bock habt, jeden Montag zock ich jetzt mein revolutionäres Format Chatsplay. Der Chat kann mich sabotieren, kann dann so Punkte ausgeben. Oh Robin, setz meine Zwiebelbrille auf, lol. Ja, Kronk macht seit 10 Jahren dieselbe Scheiße. Alle sagen, oh Kronk, oh Kronk, ja. Ich komm daher, revolutioniere das Game. Jeden Montag zwei Zwiebelbrille. Ja, sag das nicht so abnerben. Ich komm daher, Zwiebelbrille. Alles klar. Assi. Jeden Montag.